Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deathsping Thorns of Virtue Ja, wir haben jetzt unseren ganzen Mist zusammen, weil ich mich nicht irre Die ID, die Verkleidung und das Passwort Und wir können jetzt über die Brücke, hoffe ich doch zumindest Mal schauen, wie es jetzt abläuft Ah, okay, frag mich einfach Ich bin total ein Ork wie du selbst Siehst mein Uniform? Du wütendst die Ork, die ich je gesehen habe Du klingst wie meine Mutter Show me your identification papers Of course, good sir I have them right here Ooh Is everything in order? I, uh If you need some help reading it from there I could No, no, those papers are okay Of course they are The Lone Barrel of Parks at midnight And a Medi-Ork barks back You free to pass Ja, das war einfach alles erwartet Wir haben jetzt alles Und wir können die Klingeln gerade gleich töten Geil Bam Erschießen wir uns Kommando So Infiltration geglückt Vielleicht noch ein wenig stunnen Und dann alles töten Oh, der hat noch überlebt Okay Das war Unerwartet einfach So Barrel, Barrel, Barrel Aber das ist eine schöne Flakkanone Okay Was haben wir denn so Ein Outhouse Gleich aktivieren Out of order Geil First Aid Station Well, fuck you, sir Ist das geil It's locked Fuck Was sagt mein Questlock? Nichts What? Okay Ah Der Schuss ist hier Naja gut Kann jedem mal passieren Würde ich sagen Dass hier so viele Heidrein gab Irritiert mich Das letzte Mal waren es Immer zu wenig Bis zum Schluss Soviel zu ihrer Revolution Ah, jetzt sehe ich auch die Bunkertür Wow Besser mal einen Haltank reinschmeißen Der war Unangenehm Unerwartet sehr stark So ein Flammenwerfer ist wirklich fies Jetzt werde ich wahrscheinlich das ganze Spiel nie wieder so eine sehen Aber gut Dann eben nicht Erstmal hier durchkämpfen Wow, Moment, da ist noch einer Soviel zu dem Thema Ich glaube, ich heile mich erstmal, bevor ich mich dem entgegenstelle Der Ork da drüben ist ganz schön groß Wollte ich nur mal angemerkt haben Der Flammenwerfer ist ein fies wie Sau Wow Das war knapp Das war knapp als erwartet Ich glaube, ich sollte mehr aufpassen Upsala Naja Treasure Oddly warm shoulders Nice Das wird auch noch schuldern Threating with down home country flame What? Nein, ich frage nicht Wieso hinterfrage ich es? Guten Tag Say come on dog Good dog My incredible monocle Sees through your disguise Deathspank The Nordic master Requires weapons And peeled potatoes No unkept hero Such as you May defeat me You will work Until you die Die No Ork Calls Deathspank Unkept And lives What? It will take more than your stylish hair And prison abdominals to defeat me Die minor character What? Zwischen nicht mal heim und da trappte da wo ist es gar nicht so stark weil es ist doch fast jetzt mir papa aus handy haben es hat über um teleportiert sie sich weg ich bin auf der suche die auction falsche springer und keine chance gegen das wegzulaufen verdammt das macht es ziemlich schwer die classiest weapon of all time moment haben wir hier jungle murder schulders alles klar es ist dummerweise besser jungle murder das sieht aber wirklich witzig aus wie lange kann ich aufladen ok ist ist wie funktioniert das wird es auch noch stärker ist ein gehalt nein dann brauche ich es nicht naja ich müsste mal die justice attack damit ausprobieren ich glaube aber es gibt keine ich kann leute übernehmen ist das meine justice attack oder kann ich das allgemein au au verdammt okay ich brauche definitiv wieder heilung ich glaube ich muss noch ein bisschen mit dieser waffe rumspielen irgendwie habe ich es vorhin geschafft die leute zu übernehmen kann sein dass es tatsächlich nur meine justice attacker aber egal schauen wir mal was uns hier so noch erwartet ein shitload an ferrots oh mein gott eine unauffällige kiste john 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 rumble alles klar eine granate nice hopliten schwert das das ist cool no hills lots of pokiness das lege ich mal darüber ich glaube die wird mir gefallen ja ich glaube ich bin durch was kommt hier pongo oh okay ich sehe laut mon pong ich sehe laut mon pong das klingt doch super super jetzt geht's los alles andere greetings redhead woman oh it's you hello death bank I have another important mission for you no apology for not rescuing me there are things you must learn death spank boring part incoming forged in the ancient fires of bacon a master craftsman created six symbols of virtue and gave them to the purest of humans six noble thongs to stand against evil and remake the world as it once was the thong of courage was bequeathed to a fearless prince to bind us together the thong of compassion given to a devoted nun so we could all care again the thong of peace was entrusted to a subject who would do anything to prevent war and suffering to Santa Claus with the thong of generosity to brighten the young with hope the thong of cuisine was given to a popular television chef and finally the most powerful thong of them all the thong of justice was gifted to a valiant knight to watch over the weak and requite the wicked together these men and women were known as the order of the thong but humans are ambitious and wishful and always desire more and the thongs corrupted those who wore them turning virtues into vices turning the power of the thongs against us all spared from the fate of evil was the valiant knight whose thong was lost this thong was never seen again present at the forging of the six thongs a generation ago was the granddaughter of the master craftsman who knew the thongs were too powerful for man to wear and must be destroyed she dedicated her life to finding the thongs of virtue and destroying them in the only remaining fires of bacon found in a desolate place at the end of humanity beyond the reach of the evil that is man one by one she sought the thongs but the order fought hard to keep that which corrupted and controlled their souls it is a battle that is waged to this very day what was the fate of the thong of justice lost for all time never to be found we need to retrieve the thongs oh and by the way i've got another packet can't you get someone this one's for a general way up don't take too long getting to him he gets rather if you need me okay wir haben jetzt ein wenig hintergrundgeschichte rausgefunden was auch mal nett ist zu death spank beziehungsweise zu thongs es gibt anscheinend verschiedene thongs die alle super dupe eigenschaften haben beziehungsweise virtues quasi sehr gute eigenschaften ich umschreibe es mal so und alle wurden korrumpiert bis auf den besitzer des thongs of justice welchen verloren hat nur damit wir ihn finden unglaublich le battle field da haben wir quasi das letzte spiel aufgehört wenn ihr euch erinnert ok ahja machen wir doch mal hier beide ach so und die tochter des schmieds natürlich sandy wir sollen sandy mal wieder bei in der scheiße helfen und sie war wir wissen wo wir sie finden nein wissen wir nicht äh thong of cuisine generosity und compassion und wieder was ausliefern wir kriegen ein maschinengewehren ja ist ok den orc communication tower finden kein problem wir sind immerhin ein helde so 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 last and found is empty das gebe ich mir jetzt überhaupt nicht labo, le beau, kukel, navy dog und le battle field awesome ich geh mal links rum bei der communication tower little to the east äh nur hier ne oder auch nicht naja den find ich nachher oh eine bombe ha ich hab nie mehr erwartet was ist das ah scrap metal ach wir müssen jetzt nicht wieder keine ahnung 30 scrap metal finden oder da hätte ich jetzt gar keine lust drauf ne da aus okay das könnte mir gefallen das könnte mir gefallen und eine submachine gun kann ich die auch cool benutzen äh ich lege sie auf oben und natürlich ist mir wieder Zeit zu scrappen nein nein ja ah ah nice das könnte mir gefallen oh to the west ups naja wir haben ihn gefunden wollen wir gleich kaputt machen ja ich glaube ich muss die sub machine gun nachher mal echt ausprobieren äh ich glaube wir müssen zurück ja wir müssen zurück und schätzungsweise sprengstoff oder sowas holen oh die sub machine gun ist schon leer das äh war unerwartet wenig noch mal 50 schuss this lock has a circle a diamond and a crescent on it what a circle a diamond and a crescent müssen wir uns jetzt jede schloss kombination merken ist das euer ernst das merke ich mir nie und immer circle diamond crescent also ein kreis ein karo oder diamanten und ein halbmond wieso zur hölle hat er es jetzt angemacht ah ah what the fuck also ich mich in ruhe ich bin unter zeitdruck ah da oben ist er fuck 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 ich dachte ich habe heilen gerückt naja egal next try beziehungsweise erstmal heilen was für eine scheiße okay probieren wir es nochmal die ist noch ein bisschen mehr in die richtung die schloss die schloss ach ich bin schon wieder fest witzig okay alles klar wir haben jetzt so ja drei teile einer neuen rüstung ist ja mein ursprüngliches ziel sollte ich vielleicht wieder aufnehmen zu den darks zu gelangen durchzuschlagen oder obama dass tata jetzt nicht so viele Okay, schauen wir mal, ob hier noch was ist. Ist bestimmt. Okay, jetzt habe ich noch 48 Schuss und ich kann das Ding quasi schon wieder wegschmeißen. Und es ist leer. Nice. Oh, eine Kiste. Hat sich doch gelohnt, hier zu erkunden, ne? Terrible, äh, Trinket of Terrible Things. Namensvergabe. A+. Ach, schon wieder Scrap Metal. Geil. Okay, will wieder nur jemand Bürgermeister werden oder wie ist das? Ich sehe, er ist immun. Ich habe Verbündete, du nicht mehr. Was witziges. Oh, ich habe die Battle Plans. Nice. Oh, ich halte mich heilen. Und ich habe wieder Granaten. Geil. Und 100 Schuss in meiner Submachine Gun. Die aussieht wie eine Browning. Ich weiß es nicht. Greatest Generation... Just Peace. This jacket is better than your dad's jacket. Ha, ha, ha. Los hatte ich. Naja, ich habe die Battle Plans, also... Das ist schon mal nice. Hm. Hier unten könnte ich nochmal erkunden. Ja, genau. Also hier jetzt runter. Ach, ne, Moment, aber die Kiste. Ach, fuck. Na gut, dann Quest abgeben. Wir haben die Orge-Invasionen aufgehalten. Wir haben gleichzeitig noch alle Orks getötet. Aber das ist nur mal so nebenbei. Das ist schon mal. Aye. Great work. This will definitely help us get the upper hand on the... Now, before the Ork troopers have time to react... Those plan... Great. Take this patch with the plans in it to the... He'll be up at the base by the town to the north. Throughout the land are hidden mighty rune stones. These arcane recipes teach you powerful techniques. Like hitting two buttons at the same time. Nice. Also, wir haben... Oh, da unten ist er. Ein Mally Fire Weapon und ein Monokill. So, ein Zufall. Wir haben ja beides. Äh, Navy Dog, würde ich sagen, ist das nächste Ziel. Endlich. Haben es lang genug von uns hergeschoben. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Das ist bestimmt irgendwie so ein Feuerlaser, whatever. Ah, das nächste Outhouse. If you get lost, use your map. If you're still lost, open your eyes. Wow. Das war ein guter Tipp, das Bang. Danke. Okay. Äh, nehmen wir mal den. Geerti... Ach, I can't believe this outfit. What's the problem? Meh, when I enlisted, they got my head size wrong. Not only is my head exposed, it's... Then let me deal with your dual crisis of safety and fashion. Thanks. I recommend getting it from Pukla-Tet's Omri. Up in Lebo, Kuckl. He carries the latest in combat apparel. Hm, what? Okay. Greetings. I heard you're planning to get through the orc blockade. Why yes, should be cha... It's about time someone made a move. Here, you'll need this bazooka to destroy that megabomb they got... Nothing makes a good deed worthwhile. Quite. Now that I say it out loud, it seems pretty odd to build a... But I find it's best not to ask questions. Just try to enjoy... Alles klar. Äh, wir haben eine bazooka. Wieso haben wir eine? Ich weiß es nicht. Und es ist mir eigentlich auch egal. Weil wir haben... Eine bazooka. Äh, ach ja. Sieht so aus, als wäre die Brücke kaputt. Zumindest laut der Karte. Ooh. If an enemy is displaying its name with a cute little health bar, it's my current target. You're gonna smash that enemy to the ground. Okay. Ah. Wow. Nice. Nice, nice, nice. Das ist gerade in die Luft mehr? Okay, whatever. Nade out! Hahaha. Ah, das ist so witzig. You can't do what? Okay, fuck it. Äh, okay. Das ist, äh... Gut gelaufen. Ah, ich hab mich selbst in die Luft gejagt. Verdammt. Hahaha. Scheiße. Naja. Auch Helden passieren mal Fehler. Oh, hohoho. I wouldn't count on that. Gut. Äh, wir haben fast ein Level ab. Nice. Okay. Ich hoffe, dass, äh, Loot ist noch vorhanden. Und nicht irgendwie despaunt. Näh? Cool. Na dann. Ganz viel Gold und ganz viel Mist. Oh, 500 Schuss ist das Maximum. Ja, ich mach Level 4. Ich bin Level 2. What? Library Notes. Achso, was haben wir? Battle Plane Pouch. Ah, ja. Hier ist der Plan drin. For some saucy reading material, check out Lebo Cooker Library. They have a great cooking section. Ah, ich sehe, was du da gemacht hast. Okay. Bester Quest. Level 3. Wow. Äh, an honorary master's degree in Bankwishing. Oh, man, melee damage ist geil. Äh. Schauen wir doch mal. Hier und sind keine Quests mehr. Dann. Zurück nach. Puk. Lot. Dead. Autos. Okay. Ich sehe da vorne einen Händler. Und ich sehe ein paar Sachen zum Interagieren. Die Armory zum Beispiel. Why? I am Dantrodden. What you see? I have a package filled with mystery for food. As well as a package for Captain Taint filled with gratsch. I am unable to deliver these as I need to smoke and look dramatic. Delivering package. Wow. Unglaublich. Was haben wir noch so? Ons Europe. This is a charming weapons and armor boutique. Oui, it is. Business has been good ever since the war start. Ah, it's... Why? I am a lover. Not a... I do not wish to die. War is hell. Hell is war. But it sure is great. What? What is to tell? Men fight. Men die. The wounded men are taken to the sanctuary far to the north to get healed. Only to go back to fight. To die. It is a peaceful place of healing for the sick and wounded. It is far to the north. Yeah, nice. Au, ein neuer Hermit. Woo. Damit haben wir das Quest auch geschafft. Aha. Man kann sich das Rooms zu uns kaufen und kosten ein Vermögen. Und die nächste Waffe. Ich verstehe. Also anscheinend kann man jetzt viel mehr Sachen kaufen. Und da haben wir die Shoulder, die auch im Intro waren haben. Titel wird schon mal nicht eigentlich. Ähm. Already owned? Wusste ich gar nicht. Was haben wir noch so? Aaaaaaah. Kostet viel zu viel. Ach ja. Oh. Jetzt sehe ich es auch. Verkaufen wir mal den ganzen Mist. So. Eigentlich sind wir so ziemlich am Ende unserer Zeit. Aber ich würde zumindest gerne auch den Quest abgeben. Ihr werdet es mir verzeihen, schätze ich mal. Und den schönen neuen Blümchenhelm für unseren Soldaten. Dann sieht er weniger wichtig aus. Fürchtig, aber egal. Und wir haben jetzt An-Death-Granades. Das ist geil. 380 Schaden. Cool. Okay. Ich habe das Bedürfnis, dieses Peril zu zerstören. Frag mich nicht warum. So. Hier habe ich eigentlich alles erkundet. Wenn ich mich nicht irre, da drüben war eine Kiste. Und das nächste Mal geht es dann wohl weiter in Pukalatet. Also, beziehungsweise Äh, keine Ahnung, wie diese Stadt heißt. Warte. Ich habe es gleich. Falsche Taste. Le Bokkel. Nächstes Mal geht es weiter in Le Bokkel. Äh, und äh, naja, mal schauen, was dieses Dorf Stadt, whatever, so für uns zu bieten hat. Ich sehe mindestens zwei Quests. Bis dahin. Wieder vielen Dank, dass ihr mir zugesehen habt. Und bis zum nächsten Mal mit Let's Play Deaths Bank. Ciao, ciao.